Proteste in Sydney am australischen Nationalfeiertag. Zehntausende Menschen gehen auf die Straße, um ihren Unmut über die Feierlichkeiten zu bekunden. Der Australia Day erinnert jedes Jahr am 26. Januar an die Ankunft der europäischen Siedler in Australien im Jahr 1788. Anlässlich des Tages gibt es in Australien immer wieder Proteste und Diskussionen um die Verbrechen der britischen Kolonialherrschaft an der indigenen Bevölkerung. Wir Indigenen wollen diesen Trauertag nicht. Wir wollen nach unseren Vorstellungen und in unserer Kultur trauern. Wir brauchen nicht den Rest Australiens, der einen Tag feiert, der uns so viel Trauma zufügt. Die ständige Unterdrückung geht weiter. Aktivisten fordern, den Tag in Invasion Day umzubenennen, also Invasionstag. Die Mehrheit der Australier ist laut Umfragen allerdings dagegen.